Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, eine neue Woche, fünf neue Videos für euch. Unlängst habe ich ausgeführt, dass der Euro-Gold-Preis im Januar dieses Jahres, also im laufenden Monat dieses Jahres, aus dem zehnmonatigen Abwärtstrend endlich ausgebrochen ist. Allerdings kam ich aber auch nicht umhin darauf, aufmerksam zu machen, dass auf technische Kursausbrüche respektive bei steilen Kursanstiegen oft auch wieder schnelle Kursrückläufe folgen. Nun zeigt jedoch der weitere Kursverlauf, dass es sich beim Goldpreisanstieg offenbar nicht um eine sozusagen dichte Ereigniskette von kurzer Dauer respektive um ein Strohfeuer handelt. So schloss der Goldpreis unlängst mit knapp 1748 Euro, womit der Goldpreis seit Jahresbeginn um immerhin 2,5% gestiegen ist. Der nächste bedeutende Widerstand liegt nun bei 1760 Euro, aber insofern dieses Niveau kurzfristig nicht erreicht wird, dann könnte eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen deutlichen Rücksetzer gegeben sein. Vielleicht bis etwa 1729 Euro und die nächste belastbare Unterstützung liegt dann bei 1720 Euro. Aber auch auf Dollarbasis ist ebenfalls ein wichtiger Kurssprung ersichtlich, nämlich mit einem Niveau von über 1840 US-Dollar. Und nach wie vor kommt es auf den Widerstand bei 1870 US-Dollar an, der überwunden werden muss, nachhaltig überwunden werden muss, damit es aller Voraussicht nach weiter, vor allem aber beständig nach oben geht. Tatsächlich sieht es charttechnisch aktuell so aus, als würde der Kurs schon bald sogar die 1900 US-Dollar-Marke erreichen. Im Großen und Ganzen ist die Goldpreisentwicklung in dem noch jungen Jahr 2023 also positiv. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass einige Banken für dieses Jahr neue Höchststände beim Goldpreis erwarten. Kurzfristig erwartet beispielsweise Credit Suisse Kurse von über 2300 US-Dollar und die Bank of America erwartet immerhin Kurse von über 2000 US-Dollar. Vereinzelt werden sogar Kurse von bis zu 4000 US-Dollar erwartet, wie von Swiss Asia Capital beispielsweise. Vor dem Hintergrund der gedämpften Zins- und Inflationserwartungen sowie der Rezessionsrisiken in den kommenden Monaten ist es meines Erachtens durchaus wahrscheinlich, dass sich derartige Goldpreisprognosen auch bewahrheiten werden. Das ist ein Gedanke, der so ähnlich auch von Seiten der Commerzbank geteilt wird. Und glaubt man dem Tenor an den wahren Terminbörsen, dann ist es sogar so, dass die großen Marktteilnehmer ihre enormen Short-Positionen, respektive ihre Leerverkäufe inzwischen einfach nur noch mit möglichst wenig Verlust glattstellen wollen, sodass unter Umständen sogar die sozusagen Manipulationen im Sinne gedrückter Kurse zurückgehen könnten. Tatsächlich, ja. Zusammenfassend kann man sagen, dass jeder Hinweis darauf, dass moderate Zinspfade eingeschlagen werden, vor allem von Seiten der Federal Reserve, dass derartige Hinweise sowohl die Aktienmärkte als auch den Goldpreis weiter antreiben. Zumindest ich betrachte den Goldpreis aktuell nach unten hin als relativ gut abgesichert und bin davon überzeugt, dass dieses Edelmetall, Gold, physisches Gold, nach wie vor das beste Mittel für eine sichere Nachtruhe ist. Insbesondere in den aktuellen unsicheren Zeiten. So viel von meiner Seite. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt gerne einen Kommentar mit euren Gedanken unter dieses Video. Darauf bin ich wirklich sehr gespannt. Einstweilen alles über die großartigen Chancen von Edelmetallen, insbesondere von Silber. Das, ja, Silber, das im Übrigen in diesem Video leider zu kurz gekommen ist. Jedenfalls, das erfahrt ihr wissenschaftlich fundiert in meinem Bestseller Jahrhundert Chance Silber. Es steht zwar Silber im Titel, aber es geht auch in großen Teilen um Gold. Beispielsweise auch um einen potenziellen neuen Goldstandard. Ja, und wenn ihr allgemein noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Das ist kostenlos und hilft mir enorm weiter, weiterzumachen. Mehr Videos für euch zu machen. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann gebt diesem Video jetzt einen Daumen nach oben. Und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute, eine tolle Woche. Bleibt gesund. Auf bald. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.